Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Among Us auf meinem Kanal und heute gibt es mal was Spezielles, denn die Modder fangen jetzt bei Among Us richtig durchzustarten und ich habe mir hier schon mal was installiert zu Among Us, könnte man es Texture Pack nennen wie in Minecraft zum Beispiel steht hier lokal schon mal so, ohne diesen Rand und diese Schrift, wenn man da drauf drückt, haben wir hier zum Beispiel ein neues Bild und wir können einfach mal in eine Online-Runde reingehen. Hier sind die Texturen auch schon mal ausgetauscht, aber das Beste ist bei The Skeleth, ich glaube nur dort ist es so, denn wir in den Freeplay machen, sehen wir hier schon, The Skeleth hat einen anderen Namen, der Mod ist leider nicht Englisch und auch nicht Deutsch, aber für uns reicht es jetzt erstmal zum Vorstellen. Ihr seht schon, die Texturen sind hier komplett anders, dort wird sabotiert, wir haben hier ein komplett umgestaltetes Raumstiff mit Raumstiff, wahrscheinlich Raumstiff, mit zum Beispiel einem WhatsApp-Symbol da oben, wo da der Chat ist. Den Laptop haben sie auch neu gemacht und das Ganze ist eher in einem Disco-Stil gehalten und hier kann man sich dann auch nochmal seine ganzen Sachen auswählen. Kommen wir zur nächsten Neuheit und zwar diesem Bild hier. Das ist noch so geblieben, aber wir haben hier schon mal die Cafeteria und schaut euch das mal an. Das sieht doch echt nice aus. Die Map ist auch anders gemacht, hier haben wir Weapons, O2 und direkt einen toten Körper und ich weiß zwar nicht, was Bobby Star ist, aber vielleicht ist es irgendein Internetanbieter, das weiß ich nicht. Ich weiß noch nicht, welche Sprache das ist, aber so blau hat reported. Das hier ist jetzt auch gerade gemacht worden, sonst war es ja immer so schief. Und beim Woten oder Skipwoten hat man jetzt auch neue Icons und das Tablet ist auch komplett neu designt worden. Hier können wir jetzt einmal bei Admin reinsehen. Hier haben wir zum Beispiel eine Tast und ein Schnurrbart und ein bisschen Kneter dabei. Ja gut. Das Einzige, was ich nicht so geil finde, dass hier eben die Sachen eben ein bisschen kleiner sind, was ich an sich nicht so nice finde. Okay, Moment, dieses Spiel, glaube ich, kenne ich. Communications. Oh, ich sehe es wohl, da ist gerade ein Gamingstuhl. Ich glaube, die haben hier ein Zockerzimmer draus gemacht. Bisschen Party, ein Fernseher, Abhörgerät, wahrscheinlich irgendein Gamingstuhl, welchen mag ich jetzt nicht nennen werde, weil ich dann wieder Werbung hinschalten müsste. So, hier haben wir die Zentrale. Ey, ich kann hier nichts machen. Ich habe, okay, Dark, okay. It's Zion. Purple is safe. Ich denke, also, da ich weiß, da... Okay. Ich worte mir jetzt schon mal. Es kann eigentlich nur er sein, wenn... Ja, er wird ja nicht seinen Kollegen rauswoten. Danke, danke, dass du dich für mich entschieden hast. Wir beraten sie gerne weiter. Ich zeige das Ganze nochmal kurz im Freeplay, damit wir uns das hier ein bisschen genauer ansehen können. Hier ist zum Beispiel Weapons. Die ganzen Tasks sind auch editiert. Das heißt, sie sind auch nicht Standard. Hier haben wir O2 zu einem pflanzlichen Raum gemacht. Und ja, die Karte hat sich auch etwas verändert. Und hier kann ich euch mal kurz ein bisschen die Tasks zeigen, wie die so unterschiedlich aussehen, wenn ihr das Ganze auch installieren wollt. Ihr könnt damit, wie gesagt, auch, wie ihr auch gerade gesehen könnt, Multiplayer damit spielen. Die anderen Spieler sehen natürlich das nicht. Hier gibt es sogar einen neuen Sound. Okay. Für euch ist das nur sichtbar. Wenn ihr wissen wollt, wie man das Ganze installiert, dann würde ich sagen, packe ich euch mal den Link in die Beschreibung. Oder ich zeige euch das Ganze hier einmal noch kurz im Video. Hier ist noch Mad Bay. Den Scan haben sie auch rot statt grün gemacht. Und hier haben wir zum Beispiel Drink Us. Das ist aber auch nice. So, und dann haben wir hier zum Beispiel einen verletzten Typen. Hier haben wir Upper und Lower Engine. Die sehen eigentlich gleich aus. Der Reaktor, da haben wir auch etwas, was aus dem Vans schaut. Und bei Security haben wir auch Among Us in einem gewissen Logo. Und so sieht dann die Security aus. Hier haben wir eine Gaming-Tastatur, vor allem eine Marke, die ich kenne. Die Maus sagt mir nichts, aber gut, dann haben wir noch einen Hotdog und zwei Federn. Und das wäre es dann auch so mit der Map. Es ist nur das Schild halt. Editiert die anderen Maps nicht. Aber dort gibt es vielleicht auch Texture Packs. Aber die habe ich bis jetzt nicht ausgetestet. Das Ganze ist sehr leicht zu installieren. Und wie ihr das macht, das zeige ich euch einmal jetzt. Und zwar habe ich mir logischerweise über Steam Among Us gekauft. Und hier gibt es ja diese Beiträge unten. Und da bin ich hier eben auf dieses Bild gestoßen von diesem User. Und der hat hier ein Texture Pack erstellt und einen Link hier eingefügt. Den kann man sich dann kopieren. Aber wenn man das Ganze geöffnet hat, kommt man auf diese Seite. Und dort wird einem das Ganze erklärt. Für euch nochmal auf Deutsch. Ihr müsst einfach hier bei Among Us in eurer Steam Bibliothek. Auf dem Handy geht das nicht. Ihr müsst hier in eurer Steam Bibliothek auf Among Us. Dann geht ihr zu Verwalten und lokale Dateien durchsuchen. Dann blinkt hier unten der Ordner. Und dort könnt ihr dann die Spieldaten durchsuchen. Mit dem gedownloadeten, das steht auch hier gleich. Und zwar habt ihr hier direkt den Download-Link. Den packe ich euch auch unten in die Beschreibung. Aber den Direkt-Link, weil dieser hier, der ist ein Werbelink. Da kriegt ihr wahrscheinlich noch Moneten. Und da müsst ihr auch über Werbung und Umwege darüber gehen. Ich packe euch den direkten Download-Link mal in die Beschreibung. Dann ist es viel einfacher für euch. Wenn ihr dann dort seid, geht ihr in den Among Us Data Ordner. Und zwar ist das der hier. Dort geht ihr dann rein und ihr habt hier eure Spieldaten. Es gibt insgesamt zwei Ordner, von denen, was ihr euch downloaden könnt. Ihr braucht aber nur einen. Von dem packe ich euch den Link in die Beschreibung. Dann nehmt ihr euch diese Dateien und packt sie hier rein. Und dann wird hier sagen, zwölf Dateien müsst ihr übersprungen. Äh, ja, sind mit dem gleichen Namen oder etwas mehr beim ersten Mal. Ich mach's jetzt zum zweiten Mal. Ich hab natürlich die Dateien schon drinne. Aber das sind dann die Dateien, die ersetzt werden. So, dass ihr das Spiel so seht, wie ihr es gerade bei mir gesehen habt. Das Ganze könnt ihr dann schließen. Und müsst dann einfach nur noch Among Us starten. Und dann habt ihr das Ganze auch in eurem Game drinne. Wenn ihr das Ganze jetzt nicht mehr wollt, könnt ihr zum Beispiel auf Löschen gehen. Wenn ihr die ganzen Daten habt, ihr könnt ja den Ordner öffnen und sehen, was ihr da reingefügt habt. Die löscht ihr dann wieder. Und dann drückt ihr auf Spielen. Dann steht hier erstmal Fail to Intelli... Ich kann kein Englisch. Ich tue das Spiel jetzt nochmal neu installieren. Ihr könnt es aber auch viel einfacher machen. Und zwar tut ihr euch die... Ihr schaut, welche Dateien braucht diese Winra-Datei. Also ihr packt nicht die Winra-Datei, sondern nur die Dateien da rein. Und diese Dateien, die ihr ersetzen werdet, die packt ihr euch nochmal in einem neuen Ordner. Falls ihr die dann wieder zu den normalen Daten ersetzen wollt. Wenn ihr euch das rausmachen wollt. Wenn ihr es vergessen habt, wie zum Beispiel ich jetzt, dann könnt ihr euch das Spiel auch mal kurz wieder neu installieren. Und dann werden diese ganzen Daten wieder auf Ursprung gesetzt. Ohne diese Dateien, die wir gerade eben halt neu hinzugefügt haben. Dann startet das Spiel wieder ganz normal. Und dann sollte das Ganze auch wieder normal bei euch aussehen. Hier sehen wir zum Beispiel, der lokale Ordner ist wieder ganz normal. Und die Bilder sind auch alle wieder normal. Mein Name steht hier zum Beispiel auch noch drin. Also ihr habt da jetzt wirklich keinen Nachteil. Wenn ihr die Sachen da reinfügt. Das ist auch nicht illegal. Das ist einfach nur eine Texturenänderung. Wie in Minecraft, wenn ihr ein Texture Pack reinmacht. Ich hoffe das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst eine positive Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao Leute. Bis zum nächsten Mal.